Aber das sind alles wichtige Menschen so für die Politik und fürs Land und dann sind einfach Cameron und ich, was machen wir da? Wir sind doch komplette Opfer. Wir passen da gar nicht rein in diese Liste. Wir passen da gar nicht rein in diese Liste, wir sind komplette Opfer. Wir haben nichts Wertvolles beizutragen und sind einfach in den Top 10. Aber komm, das sind alles so Menschen, die irgendwie die Gesellschaft aufklären über Corona und Politiker und so und dann stehen da so ungekappelt, das habe ich so gefeiert. Alter, das habe ich einfach nur gefühlt.